Ich hab, ich hab. Bis zur 3. Genau, bis zur 3 erstmal. Aha, gut, jetzt spüle ich nochmal. Jetzt machst du mal kurz Pause. Willst du mal die nicht spülen? Ja, dann gib mal einen Bolus. F und Bolus. Also F und die 1. Genau. Spülen wir hier mal durch. Ja, ganz gut. So sieht man hier das Weiße durchkommen. Okay. Jetzt merke ich auch ein Hals. Merkst du schon ein bisschen was? Gut. Wir drehen jetzt noch mal. Jetzt mach es mal bis zur 1. Oh, ich merke schon. Vielleicht kannst du bald gar nicht mehr drücken. Müssen wir mal gucken. Geht noch? Okay, stopp. Aha. Jetzt spülen wir nochmal. So, und ist gut. So, wir spülen nochmal durch. Aha, prima Mensch. Klasse, du kannst bei uns anfangen. Ja, das machst du super mit dem Popofol. So. Sehr gut. Okay. Klasse.